Hier ist auch noch einer. Wack. Den hat's auch zerrissen. Mhm. Gehen wir hier weiter, oder? Wo bist du gerade? Ich bin hier. Na, wir müssen ja da hinten noch diese Hauptmänner umlegen. Die sind hier lang. Da ist einer. Ja, der haut wieder ab. Der Feigling. Hier rechts ist auch noch was. Guck mal, da ist auch noch ein Hauptmann. Ja. Und noch eine Todeswache. Und ein Hauptmann, genau. Sehr schön. Ich hab hier noch einen Hauptmann dabei. Mhm. Komm mal ran, komm mal ran. Bin ich schon. Oh, der hält aber viel aus, ne? Ja, die sind ganz schön stark, ne? Irgendwie. So. Noch eine Todeswache. Wow. Jum. Na, lass uns mal weitergehen, weil... Ich denke mal, wir werden noch mehr Kriegsmänner treffen. Naja, jetzt... Die werden nämlich jetzt hier regelmäßig alle gewiped. Hier ist nur einer. Ich brauche ein Sieg. Ich muss lehren. Das ist unser. Geh weg. Kann ich noch nicht sagen. Ja. 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 Und jetzt noch ein paar von den ollen Wachen. Ja, genau. Da unten ist schon eine. Ich bin außer Reichweite. Dieser Zauber ist... Hm, was haben wir denn hier für dicke? Die da hinten rumrennen? Ach, du Scheiße. Ah, jetzt kriege ich gerade ordentlich auf die Presse. Ja, warte, ich komme zu dir. Ah, da ist er schon tot. Ah, ist schon gut. Okay. Ich habe dafür hier, glaube ich, irgendeinen Kriegshauptmann dabei. Oder? Ja, da kommt er. Ah. Der hat sich anscheinend geradeaus mit dem Tentakel befreit. Mhm. Da war es um ihn geschehen. Jupp. Was ist denn das? Ich habe nicht noch was für mich. Seuchenfalke. Da unten ist auch noch einer. Ja, das sind aber Kriegshauptmänner. Die brauchen wir ja nicht mehr. Nee, aber Todeswachen hier. Guck mal. Ah. Ah, sehr schön. Das ging schnell. Und da hinten ist auch noch eine. Genau da. Ach, da. Ups, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Und dann hinter dir ist auch noch was. Mann, du loot doch einfach mal. Jo, hier ist auch noch einer. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Und hier oben ist auch noch einer. Na, sehr schön. Dann brauchen wir nur noch vier. Mhm. Mal eben kicken, wo die sich denn alle verstecken. Da hinten ist eine. Wo? Ja. Zwei. Ach da. Sehr schön. Nur noch zwei. So. Und da hinten ist auch noch einer. Und hier haben wir auch noch einen. Jupp. Ja, super. Ja, super. Jetzt sind wir schon fertig. Oh, yeah. Jetzt mal eben den Stream checken. Okay. Alle tutti. Jetzt läuft er. Jetzt läuft er. Sehr schön. Jetzt hat mir gerade meinen Nacken geknackt. Was machst du denn? Spiel über Müdung. Ja, genau. Die erste Verschleißerscheinung kurz vorm Geburtstag. Mhm. So. Was geht's? Galoppel, galoppel, galoppel. So, was haben wir denn hier Schönes? Crap. Okay. Alles Kacke? Ja. Okay. Okay. Fahr jetzt für mich nichts Besonderes dabei. Okay. Der eine Pimpf hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Fasst euch kurz. Oh. Alles Gläckchen. Oh, Tessarien hat nochmal was. Findet heraus, was Tessarien anschaut. Dann kommt jetzt gleich so eine kleine Videosequenz. Ach, die Walküren müssen wir jetzt auch noch machen. Ganz ohne Ton, oder was? Hm. Ich bin nie vor der Macht hier am Arsch, Junge. Am Arsch, du. Am Arsch. Gibt's dir da wohl selber nicht. Wir werden dieses Amt verfüssen. So. Seid vorsichtig. Ah, mich juckt's. Okay. 20 Gardisten der Verlassenen getötet und neun niedere Walküren getötet. Ach, ja. Tolle Quest. Ach, da unten sind's ja gerade. Boah, hast du hier auch so einen halben... Na, du hast auch hier so einen ganzen Zirkus mit dabei. Ja, ja, die ganzen Bauern. So. Kommt mal alle ran, ihr Süßen. Oh, das geht ja fix, ne? Das geht fix. Und diese Walküren können ja auch nix. Außer große Fresse und dann nix dahinter. Hier, guck mal hier. Lass mal hier rechts lang gehen. Ah ja, da sind ja auch noch ein paar von den... Genau. Von den Spacken. Cool. So, weiter geradeaus, ne? Warte, ich hab hier noch eine. Ja, im Gepäck. Jo. Boah, die können ja echt nix, die Alte. Die können überhaupt nix. Hier hinten sind noch welche. Ich mein Gott, mit der ganzen Bauernschaft rennen wir hier rum. Ja. So, 12 sind schon mal Geschichte. Da hinten stehen auch noch so ein paar Bauern rum, hier. Hm. 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 Ich muss zuerst etwas anvisieren. Na, nur noch vier fehlen. Sehr schön. Und von diesen hässlichen Fliegelviechern fehlen noch fünf. So, hier haben wir noch eine und dahinten haben wir noch ein paar Bauern. Mhm. Bevor du die Bauern anpimpst, lass die mich erst anpimpen, damit ich die Aggro kriege, weil sonst rennen die nämlich immer zu deinen Bauern hin. Alles klar. Na, da rennt auch schon wieder einer weg hier. Ist aber komisch, weil du hattest ja nicht 100% Aggro. Aber naja. Weil da immer einer brach immer aus, ne? Ja, ja. Hab ich auch gesehen. Okay. Gut, dann haben wir die ja fertig. Dann brauchen wir noch ein paar von den blöden Viechern. Schwupp, eine noch. Komm mal, nehmen wir die hier. Ich bin außer Reichweite. Kann ich noch nicht werden? Gut, das Nächtle. Genau. So, dann wieder zurück. Wie schnell die Bauern plötzlich rennen können, ne? Ja. Wie gemein. Nur weil wir gesagt haben, wir haben Saatgut in der Tasche. Morgen ist auch noch ein Tag. Genau. Ja, bei mir auch. So, was hast du jetzt hier? Achso, war ja klar, dass wir hier die Größte noch umlegen müssen. Die Ober-Oschi. Die Ober-Oschi ist irgendwo hier vorne in so einem Turm drin. Ja, genau. Hier vorne gleich. Genau, da oben ist sie. Oschi. Oschi. Wir kommen. Genau. Hast du Kuchen? Ich wollte gerade sagen, hast du Kaffee fertig? Ach, ach du Scheiße. Hauptsache der Stoffi geht vor. Na ja. Wie immer. Wie immer. Ein bisschen stärker ist sie ja. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Klonkos war dein Schild. Ja, genau. Oh, 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 oh. Okay, pass auf. Du kriegst hier von mir... Du kriegst hier Schwebemann und Sohn. Ja? Und dann können wir gleich hier runter. Oh. Ach, wie schön. Kann man nur leider im Flug nicht steuern. Das ist ein bisschen doof. Zack, 42. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Was habe ich denn? Schattengeist. Er schafft einen schattenhaften Geist, der das Ziel angreift. Angriffe des Schattengeistes gewähren dem Zaubernden 3% Mana. Mhm. Und Gedankensicht. Ermöglicht dem Zaubernden eine Minute lang durch die Augen des Ziels zu sehen. Funktioniert nicht, wenn das Ziel in einer anderen Instanz oder auf einem anderen Kontinent befindet. Naja, klingt jetzt nicht so berauschend, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber Schattengeist ist ja schon mal cool. Mhm. Warte, ich mache hier auch mal eben kurz. Wart. Was habe ich denn noch? Ich habe noch jetzt gekriegt. Äh. Warte mal. Hammer des Zorns hatte ich noch gekriegt. Und was habe ich denn noch gekriegt? Ähm. Ich hatte doch vorhin noch was gekriegt. Siegel der Einsicht. War das, ne? Nee, gar nicht. Zorn der Gerechtigkeit. Siegel der Wahrheit. Oh, jetzt kriegen wir noch mal eine richtig gute Quest hier. Siegel der Rechtschaffenden. Erfüllt euch mit heiligem Licht. Durch das eure Nahkampfangriffe Gegnern im Umkreis von 8 Metern neuen Waffenschaden hinzufügen. Ui. Ach so, ne. Gute Quest. War übertrieben, ja. So, und jetzt müssen wir doch irgendwen hier, ähm... Nee, wir müssen einmal zurückfliegen. Braucht ihr etwas? Hier runter ins Zugwindlager. Aber wir haben hier doch noch eine Eins. Ardane getötet. Aradne getötet. So rum. Ja, du musst doch hier... Ja, du musst hier noch zu Dings gehen und den anquatschen. Zu Cesarian. Mhm, hab ich schon. Ja, und dann... Quest hab ich. Ja, und wie heißt die Quest? W.D. Andorhal, oder? Äh, nee, Aradne. Will? Warte. Glickner hat die Quest abgeschlossen. Ach, war die alte dat, oder was? Das war die alte oben, ja. Ma. Moment, müssen wir nochmal hoch. Hä, hat das für dich nicht gezählt, oder was? Nee, ich hatte die Quest nicht gehabt. Aus welchen Gründen auch immer. Ach, echt jetzt? Mhm. Okay. Ja, ist ja nicht so tragisch, dann machen wir sie nochmal. Die sind gerade vorhin hier am Hochschweben. Ja, du musst halt nur echt aufpassen, wo du hinfliegst, finde ich. Mhm. Wieso greift die jetzt mich an? Spinnt die? So, Deile, jetzt hab ich's da auch. So, pass auf, dann kriegst du nochmal hier konkrete Fliegung. Äh, zack. Zack. Konkrete Fliegung. Guck, die Bauern fliegen auch alle mit. Tja. Die Bauern lümmelt's. Einmal komplett für jeden. Ah, okay, jetzt satt. So, was haben wir denn hier? Ja. Ja. Alles kacke. Richtig. 1,26, 1,59. Dann, ach so. Kann ich ja noch gar nicht nehmen. Ey, ich steh heute, glaub ich, ein bisschen auf dem Schlauch, ey. So, pass auf. Ja, genau. Jetzt müssen wir zum, äh, Zugwindlager, ne? Genau. So, alles klar. Stopp. Hier quasi einmal um die Ecke fliegen. Mhm. So. Haha, Gloopy ist da. Guten Morgen. Mahlzeit. Ja, wie du siehst, wir sind schon wieder am Zocken. Kann ich euch helfen? So, da krieg ich am meisten... Ja, gibt aber nur Crap hier. Hm, kann ich hier noch was verkaufen? Ja. Immer den ganzen Rotz hier verkaufen. Den Stab. Den... Dings. Den Ring. Ja, mehr gibt's ja hier nicht. Jetzt können wir dann gleich wieder hochfliegen. So, ich hab aber noch was für dich. Uh. Hm. Hm. So, dicke Spinnenseider, geb ich dir mal. Und, und, und das. Oh, Hammer. Genau. Das ist cool. Jetzt kannst du nämlich noch ein bisschen Stöffchen machen. Wieso stackt denn der nicht mehr automatisch? Cool, dann werde ich auf jeden Fall, dann, äh, wenn wir wieder mal in Eisenschmiede sind. 170. Reinsdorf. So, na, dann fliegen wir mal rüber, oder? Jo. Kann ich euch helfen? Kann ich euch helfen? Nach... ...die Städte der Heiler. Ja. Oh, Synchronflieging, Tandem-Flugtier. Synchronflieging. Synchronflieging. Absolut. Oh, leck mich doch am Arsch. Oh, ich brecke nie. Oh, oi, 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 ist das schön. Ah. Und dein Stream läuft jetzt gut, oder? Hm. Spockt da wieder rum. Me, jetzt läuft es wieder. Völlig Banane, ne? Okay. Völlig Banane. Das ist gut. Also jetzt noch Norden hoch. Zum Sägewerk des Nord. Irgendwas. Genau. Weil da kommen wir dann ja auch... Da ist doch hin. Geht es doch noch weiter? Den bergt da irgendwie hoch, oder? Täusche ich mich. Wenn irgend so eine komische Burg mit so einer roten Fritzen, oder? Ja, genau. Hihi, deine kleine Sumpfbestie. Jo, die zappelt sich da ordentlich einab. Ach, ja, bei dem Sägewerk müssen wir jetzt die, äh... Müssen wir die bescheuerten Spinnen mit den Pferden da reinjagen. Ach ja, stimmt. Ah. Ich glaube, hier kannst du, kriegst du auch ganz guten Erfolg. Ich glaube, es gibt einen Erfolg, dass du sonst so viel mit einem Angriff tötest. Irgendwie, weil... Das weiß ich aber nicht mehr genau. Hier, Arbeitssicherheit, ne? Von wegen. Geht gar nicht. So, was hast du jetzt hier noch? Tollwütige Füchse müssen wir auch noch töten. So, die zwei. Tollwütiger Fuchs, die liegen hinter uns. Machen wir erst mal die, oder? Ja, oder sollen wir erst die, äh... die Pferde jagen? Äh, die Spinnen jagen. Ja, können wir auch machen, ist ja Wurst. So, dann musst du hier nämlich so ein Pferd nehmen. What? Ach ja. Und dann kannst du da nämlich die Spinnen mit erschrecken. Dann musst du die hier hinten hinjagen. Ach so, was hast du denn hier auf der Eins? Ach, Viren. Okay. Hm. Vieren. Laufen die von alleine? Ach so, dann musst du erst mal Angst einlagen. Immer durchrennen hier. Zählen die für dich auch? Äh, ne. Ich glaube nicht. Okay. Also, ich habe jetzt sieben. Ja, ich habe sie alle. Oh, der Gaul ist aber schön schnell. Den möchte ich auch haben. War? Super. Hier ist ein Fuchs. 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 Jetzt bist du verschwunden. Hallo? Ja, ich bin wieder da. Also, ich bin da. Gut. Jetzt habe ich natürlich wieder meine Lautstärke verloren. Ja, ich natürlich meine auch. Ist ja klar. VW ist so ein Scheiß, ey. Oder, ne, Skype ist so ein Scheiß. So, und jetzt müssen wir die, glaube ich, hier, äh, hinhagen. Ja, Moment. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt zwei fehlen mir noch. Zählen aber auch nicht alle irgendwie. Jetzt. Galoppel, 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 galoppel. So. So, eine von zehn Spinnen habe ich schon mal rüber gejagt. Okay, die zum Sägewerk locken. Muss man dann öfter vieren? Oder wie läuft das? Ja, ja. Lauf. Stell dich am besten hinter die Spinne und dann jagst du die hier rüber. Lauf. Oh, ne, oder? Ja, das ist ein bisschen tricky. Boah, ist das eine Scheiß-Quest. Lauf doch um den Baumstamm rum, du blödes Mistvieh. Alter, ist die dusselig. Warte mal, auf einer Skala von eins bis zehn kriegt das Ding eine minus fünf. Ja, die Quest ist scheiße. Komm, jetzt geh rein, du blödes Mistteil. Komm, 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 komm. Vor allem ist die so sinnfrei. Jetzt leck mich doch. Nimm dich halt eine andere Spinne. Wenn die nicht will. Ja, nein, falsche Richtung. Falsche Richtung. So, schön, die ist angekommen. Und eine noch. Komm. Mann, du lauf doch mal, du Drecksvieh. Ich hab jetzt grad mal Halbzeit. Hilft das, wenn ich dir helfe? Ich glaub nicht, ne. Was eine Scheiß-Quest. Vor allem bleiben die mal stehen, die Mistviecher. Am besten gehst du hinter die. Ah, hinter die. Und dann, genau. Mann, wo willst du denn hin? Guck mal, ich schicke dir jemanden. Oh. Nimm die mal hier. Alter. Und die hier kannst du auch nehmen. Alter, wo läufst du denn hin? Das lädt immer noch auf. Das lädt immer noch auf. Das lädt immer noch auf. Das lädt Mistvieh. Guck mal, und die hier noch? Lauf. Okay. Zwei noch. Und ich schicke dir noch zwei hier, guck. Cool. Alter, lauf. Alter, lauf. Du bist so am Fluchen wie ich gestern, ey. Ja, weil dieses Scheiß-Ding, das läuft überall hin und nicht geradeaus oder bewegt sich gar nicht. So, zwei von zehn. Super. Zeit gegrüßt. Ähm. Kacke. Jo, kacke hoch drei. Kacke, kacke, kacke. Was bringt die meiste Kohle, dat? Meldet euch in den westlichen Pestländern in Herdweiler bei Hochlort Thorion. Äh, warte mal. Äh. Das sieht auch geil aus. Der dicke Panda auf dem Pferd hier, ey. Hä? Wo? Der Panda ist größer als das Pferd. Wo denn? Ja, der ist hier gerade hier hinten weitergelaufen. Ach so. Der ist nicht mehr da. Juhu. Also was ist denn, jetzt müssen wir noch weiter höher oder erst mal die Füchse machen, ne? Jetzt machen wir erst noch die Füchse. Guck mal, hier hinten ist einer. Hier hinten sind zwei. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Da musst du aber runter von deinem Zossen. Ach ja, stimmt ja. Hoch. Komm mal hier hin. Der Zauber ist noch nicht bereit. Wo ist denn, ich bin dran?